bist du dran ja ich bin ich bin da bin da okay wie video warte geht das video guck ich mir gleich an das können wir danach machen wir machen jetzt erstmal das fußball ding hier vier minuten kurz und knackig um reinzukommen die differenz von den punkten wird als gift hat ausgeschüttet so perfekt ich muss jetzt noch mal meinen kopf anstrengen willkommen auf wenn das fußball ecke viel spaß ich muss den sturm werner gibt mir schon liebe fußballfreunde heute müsst ihr raten für das spieler nicht gespielt hat dann viel spaß ok ok 321 florenz hat er in florenz gespielt der hat selbst nicht in inter gespielt ich bin so scheiße weil ich nicht wach bin ich habe das spiel verstanden der neuzugang vom bvb 321 frankfurt amerikan ich war gerade ein bisschen nervös weil er aus frankfurt kommt dann geht's ab zum nächsten spieler ja ja oh leo sané vom fc bayern was 321 düsseldorf hä hat er bei leverkusen gespielt ja ich habe da der hat leverkusen gespielt ist dann zu scheikern mensch ist das sind ja das war so geraten von mir echt gespielt ich hatte nicht gedacht dass er bei düsseldorf zu haben also so habe ich dich zum ersten mal gesehen ist so einfach das ist das ist aber leberkuss muss nicht dass er bei den düsseldorf ist natürlich richtig für die hat er nie gespielt hat er meiner jugend gespielt 2008 ja aber für fortuna düsseldorf hat er nicht gespielt sehr gut weiter geht es drei zwei eins real ich finde es gut dass wir real sind hat er nicht gespielt für barcelona schon aber nicht für real ja madrid ihr seid echt gut kommt der nächste spieler jetzt oh ivan raketit vom fc barcelona also 321 basel den hat er nicht gespielt weiß es aber nicht also ich schätze mal basel digga oder der ist doch kroater also gehe ich mal davon auf der hat bei haiduk split gespielt ja das war jetzt wirklich nicht einfach aber richtig war hat ich hatte den gefühl ich hatte den gefühl für kroatischen nationalmann nicht gespielt tottenham 321 menu ja dann bin ich dann die richtige antwort natürlich mensch ist der united also für mann hier hat er nie gespielt er hat so gesehen eh in england nur für zwei vereine gespielt einmal für die jugend für southampton und dann in den profikader gekommen und ist dann halt nach tottenham holzburg chelsea fc brügge oder für wer der brem der hat in bremen gespielt zu 100 prozent und wer es gewusst natürlich der fc brügge hat zwar in bergen gespielt aber nicht für brügge ach man das war ein gutes video meine fresse digga und dann verkack ich es noch mal okay hier ich habe ein anderes wm-finale 2006 deutschland okay 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 ich habe da ein paar zähnen im kopf ich habe eine idee ich auch 32121 also es war 1 1 und dann elberschießen ok italien ok sicher da bin ich mir schon ja schon war doch immer schießen digga oder ich sag ich glaub das nehrer nicht doch barbar doch ist es war ein mh da doch doch oder doch doch du hast recht du hast recht zeig mir steig mir was mann ja 11 11 perfekte perfekte 1 ihm ist eine regel freunde加油 da מע黃 3 tiers zwei deine Idee aussieht. Kommt die vom Herzen oder vom Kopf? Kommt, Digga, die ist so wild, meine Idee. Warte mal. Ich weiß nicht mal, wer gewonnen hat. Weißt du, wer gewonnen hat? Möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. Nicht im Chat gucken. Wir haben immer und only. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich auch nicht. Und ich möchte mich auch nicht dazu äußern. Obwohl, ich hab ne... Okay, komm. 3, 2, 1. 3, 1. Italien. 3, 1. Brasilien. Also, wenn er bald bei Brasilien geht, das muss sein. Als ob die, Digga, als ob die gewonnen haben. Die haben doch nicht Brasilien größer. Doch, es war Brasilien, Digga. Es war Brasilien. Scheiße. Krieg ich jetzt trotzdem den Punkt, weil ich auf... Ja, ja. 1, 1. Okay. 1, 1. Oh mein Gott, Digga. Okay. Hast du ne Idee? Ich hab gar keine. Okay, 3. 2, 1. 1, 2. Also, England 1, Deutschland 2. Ich hab 3 gesagt. Weißt du's? Nee, ich hab grad ich glaub England hat noch nie die Europameisterschaft gewonnen. Das weiß ich nicht. Aber wenn jetzt England gewonnen hat, dann kriegen wir beide keinen Punkt. Genau. Wir haben ja beide gesagt, dass Deutschland gewonnen hat. Genau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vorhin, das ist viel zu lange her. Ich hab dieses Lied gesungen. Ich hab... Ich hab das... Ja, da fängt das Lied noch nicht an. Okay, warte. Ich versuch grad die Sterne so ein bisschen. Die Sterne sagst du gut. Okay, 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 okay. 3, 2, 1. 1, 3. Argentinien. Sieg. 1, 3. Okay, wir sagen immer heim und auswärts. Ganz normal. Genau. Okay. Dann ist meins 2, 1. Genau. Bin ich lost, Shit? Bin ich lost? Was? Prämie. Ehre, Mann. Entschuldigung. Was? Foul, ey. Wir hatten da gefoult. Wahnsinns Kerl. 2, 1. 2, 1. Bremen wir der gute Mann, Digga. Ausparteidiger. Oh mein Gott, Digga. Ja. Ich überleg grad, welche Legenden da gespielt haben. Ich hab ne Idee. 3, 2, 1. 1. 2, 1. Da war Maradona doch, Digga. Maradona hat sich gut verstanden. Ja, ja, aber ich glaub, auf der anderen Seite waren auch ein paar Kracher. Jawoll, Sommer. Campus. Was hast du gesagt? 2, 1. Was hab ich gesagt? 2, 0, ne? Ja. Ja, dann ist doch... Unentschieden. Warte, lass mal kurz denken. Du hast... Ich hab 2, 0 gesagt. Ja. Also ist doch die Differenz 2. Ja, aber... Digga, du, ich hab 2, 0 gesagt. Die Differenz von Endergebnissen ist 2. Also hab ich gewonnen. Du hast... Deine Differenz ist 1. Ah, hast du recht. Hast du recht, ja. Ja. Hast du recht. Ich führ mit 2, ja. Ja, machst du gut. Du's Roda mit dem Satz. Danke schön, du's Roda für den Satz. Super. Ja, ja. Doch, hat er recht. Oh. Das weiß ich. Oh. 3. Ja. 2. 1. 1. 2, 1. Oh, es war das 1, 0 von Iniesta, ne? Iniesta. Ja, ich wusste, dass das Iniesta war Sommer. Oder war es 2, 1? Ich glaube, es war auch ein 2, 1, habe ich ein bisschen im Blut. Ich glaube, es war ein 0, 0, richtiges Kackfinale und dann 1, 0. Ja, Iniesta 1, 0, komm, zeig's mir, er leckt mich am Arsch. Drei vor. Drei vor, Edi Gala. Oh, fahre im Gang hoch. Ja. Iniesta. Oh, das Finale war's. Okay. Okay, Deutschland hat gewonnen. Ja, sind wir uns einig. Gut. Okay. Hast du das Ergebnis, weißt du es? Ich würde einfach mal, das Erste, ich würde mal raten. Okay, ich auch. Drei, zwei, eins. 2, 1. Jetzt, ich wette, es ist 3, 1. Ich wollte auch 3, 1 sagen, aber dann dachte ich mir, die Differenz ist besser. 1, glaubst du? Die Holler muss doch aufgemacht haben irgendwann. Jo, Sommerweise. 2 vor. Ja, Breitner und Müller, kennen wir sie doch. Noch heute kicken die. Oh. Oh, warte mal, warte. Warte mal, da hab ich was im Kopf. Da hab ich auch was im Kopf. Warte mal. Oh, 98. Das ist dein, ja. 2. 2. 1. 1. 1, 0. 2, 1. Nee, Frankreich hat gewonnen. Ja, 2, 1. Was hast du gesagt? 2, 1. Frankreich 2, 1. Ach so, scheiße. Ach so. Come on. 3, 0. Digger, da haben wir beide verkalkt, gleich. Die Differenz war 1. Scheiße, stimmt. Du hast 2, 1 gesagt? Du hast 1, 0 gesagt. Ja, passt. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß es, glaube ich. Ich weiß es nicht im Kopf. Ich hab ne Vermutung. Also es sind 2 Ergebnisse, 1 von beiden. Mhm. Das Ding ist, das war ja erst gefühlt letzte Woche. Und ich weiß, dass es... Ich weiß, ich hab ne... Okay, gut. Ich sag es jetzt einfach mal. 3, 2, 1. 4, 1. 4, 1. Okay. Das ist 4, 1 oder 4, 0. 4, 1 oder 4, 0. Auf jeden Fall war es ne Hinrichtung. Oder 4, 2. Wir haben beide 4, 1 gesagt. Ja, 4, 2. 4, 2. 3, 2, 1. Na gut. Das sind 2 Giftshubs für Edigala, mein Freund. Macht euch nichts. Okay. Ja. In dem Fall... Ich glaube, das ist ein Beispiel. Ja, ja. Aber in dem Fall wüsstest du, wer es ist? Ja. Gut. Sané war es. Okay. 3, 2, 1. Gündogan. Ich hab gedacht, du bist nicht da. Boah, ich muss nicht das mit Gündogan. Oh, Mann. Gündogan, sobald du es weißt, kannst du Stop drücken. Auf V ist das, ne? Was? Wo drückt man Stop? Auf K. Auf K. Der war auf meiner Schule. Gündogan, Jürgen? Guter Mann. Gündogan, okay. Okay. 3, 2, 1. Tolisso. Ich hatte so Schwitzen. Ich wusste nicht, ob er bei... Habt er erstmal Kommand, Digga. Aber Kommand war noch ein Spendium. Ja, der war bei Juve. Ja. Korinthin. Korinthin. Wie? Korinthin. Perfekt. 3, 2, 1. Ta Amiri. Fuck! Das ist auch nicht. Das ist Kemir bei. Demir bei heißt der. Ja, Demir bei. Fuck, Mann. Zwei Dummköpfe. Ich bin selbstbewusst, Digga. Oh! Oh mein Gott, Digga. Sommer 1. Natürlich sage ich das selbstbewusst. Wie soll man die deutsche Spieler nehmen, Mann? Da bist du besser als ich. 3. Halt die Fresse. Doch. 3. Hallo. Ja, ja. Sag. 3, 2, 1. PP. Ja. Da hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ja, das wusste ich. Da musste ich gleich. Bin ich nicht drauf gekommen, Freunde. Hat er mich auf den falschen Fuß erwischt. Sag ich euch ehrlich. Das Fußball-Lexikon hat zugeschlagen. Boah, fuck. 3. Warum bleibt das nicht stehen bei mir? Du musst K drücken. Ich drück die ganze Zeit, Kai Ligella. 3. 2. Nein, dann musst du. Ja. Was sag? 1. Eriksen. Können wir mal einen kurzen Test machen? Mach. Klappt nicht. Es ist, aber was mich... Okay, was ist das? Wollen wir uns kurz unterhalten? Ja. Äh. Hä? Ja, und sonst so? Ich weiß es. 3, 2, 1. Matrimi. Fuck. Sommer. Mann, Digga. Ich war auch erst bei Bles. Tobias, danke für den Sub. Weiß Ibo die ganze Zeit? Ich dachte auch Bles. Ibo ist ja ein Knecht, dass er das alles weiß. Ja, erzähl mir nicht die Lebensgeschichte. Zeig den nächsten. Oh. Okay. Hä? Guter Mann. Guter Mann. Lexikon. Schalte ich ein. 3, 2, 1. Kavachal. Oh, super Typ bist du. Ist nicht gekommen. Super Typ. Ehrlich. Mann. Ich hatte viele Sachen im Kopf. Oh, gut. Ich dachte, wer ist denn so los? Du gehst von Real-Sum-Evo-Grupp. Machste gut. Das war ja nur ausgeliehen. Ja, machste gut. 2 Gift-Ups kriegst du von mir. Ah, hab ich schon gewonnen. Ich glaube, das ist zu Ende, das Video. Ja. Hast du gut gemacht, ey. Das war ja nur aus. Vielen Dank.